... ... ... ... Jawohl! Hä? Probieren, ja? Willst du mich als Vorflüger haben, oder? Du musst sagen. Gut. Guten Flug! ... ... ... Das ist ja eine Kate. Also hier links der Schlauch wäre schon am Laufen. Sie sollten starten. Der Schlauch links vom Amitpil ist schon aktiv. Da geht die Geräte hoch. Also wenn du nicht schlauchst, ist noch irgendetwas schön. Du musst nicht auf mir rühren. Da gibt es jetzt hohe Anstrengungen. Und das Baby ist die Chance nicht mehr rühren. Also wenn du auf die hohe Anstrengungen würdest, würde ich ein bisschen mehr links fliegen. Das muss ich nicht beschleunigen. Extra für dich. Das ist schon lange später. Aber ich habe keine Lust. Auf die Langflüge hört. Ich schaue lieber dort zu, wie du hier vor mir am Sinken bist. Also hier sieht es ja sehr gut aus. Ja, ich bin fast auf 1200. Also so hoch bin ich auch noch das Auto angekommen. Und ist da noch einer jetzt vor? Was ist denn hier noch? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, das ist ein Locker Turn. Vielen Dank. So, das ist ein Locker. 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 Oder die halten für lange? Hallo? Gar lange darf er noch?